Das erste Mal vom 10-Meter-Brett. Bei der heutigen Challenge konfrontiere ich Teresa, Lucy und Alex mit ihrer Höna. Und am Ende müssen sie alle vom 10-Meter-Brett spielen. Alex hatte direkt Angst und wollte wieder runtergehen. Doch dieser Challenge wird ja nicht in den Kopf. Wir haben ganz einfach auf dem 1-Meter-Brett gestartet. Aber schon hier ist Teresa in Panik geraten. Immer wenn die Frage falsch beantwortet wird, wird man fallen gelassen. Und wir haben uns immer weiter gesteigert, bis wir irgendwann auf dem 10-Meter-Brett gelandet sind. Doch was Lucy dann passiert ist, hätte keiner von uns ahnen können. Das war schmerzhaft. Den vollen Sprung seht ihr im YouTube-Video.